So weit habe ich in der Lösung natürlich nicht geguckt, weil das wollte ich nicht. Ich habe nur geschaut, was ich halt übersehen habe und das war dieses Ding. Warum kann man die jetzt hier nicht wieder zurücksetzen? Das ist doch doof. Den da hin. Warte mal. Den ein hoch. Das sagt ja aber so eigentlich. Nein, das war falsch. Ah, jetzt so langsam. Ahaha, ich komme so langsam dahinter. Ähm, sorry, ich brauche noch einen Moment. Nee, das war auch schon wieder falsch. Wir haben das jetzt eben. So und so. Und so. Und so. Nee, 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 so ist nicht richtig. Wie habe ich das jetzt eben gemacht? So, den da hin. Dann diesen da hin. Mann! Erstmal den auf den freien Platz. Dann diesen da rum. Den weiter, den weiter, den weiter. Wie war denn das jetzt eben? Oh, ich bin so blöd, was sowas angeht. Das geht echt auf keine Kuhhaut. Da ist doch schon der Fehler drin. Ich muss so anfangen. Nee, eben nicht. Langsam. Ich erwähne es zum x-un-achtzigsten Male. Ich hasse sowas. Nee, ich muss so anfangen. Dann so und so. Den einen hoch. Nee, eben nicht. Ich muss den einen runter. Okay, nochmal. Nee, das war es auch nicht. Das war es auch nicht. So. Ach, Mann. Immer wenn ich es glaube, Fass zu haben. Geht schief. Ach, Mann, das ist doch doof. Ich hasse sowas. 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 Sowas frustriert mich dann auch immer relativ schnell. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. So. Geht los. Mach. Ach, Mannu. Eigentlich ist es wahrscheinlich total simpel und ich komm bloß im Moment einfach nicht. Oh, Entschuldigung. Nicht drauf. Ich kriege echt nicht zu viel. Man kann einzelne einen weiterschieben oder man kann überspringen. Ich könnte jetzt höchstens da überspringen. Den genau. Nochmal. Also den hoch, den rüber. Den einen hoch. Nee. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie ich das eben gemacht habe. Das gibt es doch gar nicht. So. Genau. So, jetzt muss ich ja aber eigentlich hier unten den erstmal einen weiterschieben. Kann das hier. Kann das hier. Kann das hier. Den nach oben. Den einhöhe, den runter. Nein, das war ein Fehler. Ah, shit. Jetzt hatte ich es fast. Jetzt hatte ich es fast. Jetzt, jetzt so langsam, aber sicher, komme ich dahinter. Nee, das war noch nicht richtig. Das war nicht richtig. So, so. Nee, auch nicht. Nee, auch nicht. Ach, Mann. Verdam, wie ging das denn jetzt? Ich hatte es doch schon fast. Wenn ich den jetzt hoch schiebe, habe ich ein Problem. Das muss in einer ganz bestimmten Reihenfolge gehen. Himmel, Herrgott, nochmal. Ich hatte es doch schon fast. Warum stelle ich mich jetzt so blöd an? So. 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 So, und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt stecke ich hier nämlich fest. Verflucht noch eins. Das Problem ist, dass ich nur... Ja, die weiße... Nee, das war fast. Den kann ich nicht. Ich muss das mal andersrum versuchen, dass ich mal versuche. Ich kann aber nur hier oben verschieben. So. Den darüber. Den runter. So. Den kann ich nicht. Den kann ich nicht. Die kann ich alle nicht. Es bleibt mir nur dieser zu bewegen. Und so rum funktioniert es gar nicht. Ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd. So. Ein letzter Versuch. Den einen da oben. Springen wir es mal andersrum. So. Okay. Den einen hoch. Den einen hoch. Und den einen hoch. Den einen runter. Den einen runter. Den einen runter. Den einen hoch. Den einen hoch. Den einen runter. Ach Gott. Meine Güte. Man kann sich aber auch ein bisschen dämlich anstellen dabei. Himmel, Herrgott. So. Und nach oben. Und weg. Und jetzt nehmen wir unsere Kiste hier wieder mit. So. Nimm mit. Na meine Güte. Das hat jetzt aber was gekostet. Ich sag ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Und ich stelle mich nur viel zu unglaublich dämlich an. Ich habe jetzt zwischendrin nochmal eine halbe Stunde Pause gemacht. Weil ich habe so die Frustbremse geschoben. Und dann klappt es natürlich gleich beim ersten Versuch. So ein paar nur da. So. Dann rauf da. Und da rauf. So. Und das hättest du viel einfacher haben können, indem du auf den hohen Container raufgekratzelt wärst. Und da rauf da. Komm, noch ein Stück weiter nach vorne. Komm. Geht nicht? Na gut. Dann fahr mal so. Nein. Ach, ein Tropf. Sei eine liebe Öltonne. Lock das Hundi an. Habe Öltonne. Jetzt können wir nämlich die auf den Hund abschieben. Aha. Hops. Gehen wir wieder runter. Knarre und Hund anschieben. Jetzt habe ich zu lange gebraucht, oder was? Ja. Gehen wir wieder runter. Ja.